Ein neuer Laptop soll es sein, neues da stammt. Solche Geräte haben ihren Preis und vielen Verbrauchern ist wohler, wenn sie dann eine Garantie haben, dass das teure Gerät bei Schäden auch repariert oder ersetzt wird. Viele Händler bieten dem Kunden da eine Zusatzgarantie, die extra kostet, aber im Schadensfall mindestens die Reparatur, in manchen Fällen auch Ersatz nach Unfällen oder Diebstahl verspricht. 28 solcher Zusatzversicherungen hat die Stiftung Warentest untersucht und kommt zu dem Schluss, eine Garantieverlängerung abzuschließen, sollte gut überlegt sein. Wir wissen von Rückmeldungen der Leser, dass die Produkte gerne für teurere Sachen abgeschlossen werden, für Waschmaschinen, für teure Kaffee-Vollautomaten oder für teure Laptops. Ich denke, da kann ein solches Produkt schon Sinn machen, aber in jedem Fall ist es ratsam, sich vorher zu erkundigen, wo sind die Haken in diesen Garantien und dann zu überlegen, will ich wirklich bei diesem Händler diese Garantie abschließen oder nicht. Wenn der Laptop dann doch schnell kaputt geht, merkt der Verbraucher oft, dass die Garantieverlängerung weniger bietet, als er sich davon versprochen hat. So verlangen manche Versicherungsprodukte einen Selbstbehalt des Kunden bis zu 10 Prozent vom Kaufpreis. Nur einige wenige Garantieverlängerungen gewähren Schutz bereits ab Kauf des Produkts ohne Wenn und Aber. Bei vielen anderen beginnt der Schutz erst nach Ablauf der Herstellergarantie und der Gewährleistung des Verkäufers, das heißt, erst ab Jahr 3 nach dem Kauf. Ebenfalls selten, der Kunde erhält ein neues Gerät im Fall des Totalschadens. Oftmals muss er sich mit einem gebrauchten Ersatzgerät zufrieden geben. Besonders ärgerlich der Diebstahlschutz bei den erweiterten Garantieversicherungen. Wer Handy oder Laptop nur kurz aus den Augen lässt, etwa an der Bushaltestelle im Rucksack, ist oftmals nicht mehr versichert gegen Diebstahl. Bei den Zusatzgarantien, die erweitert sind, um die Flüssigkeitsschäden, Sturzschäden und Diebstahlschäden wirklich überprüfen, brauche ich das Produkt, weil in einzelnen, in den Garantiebedingungen doch viele Haken sind. Insbesondere beim Diebstahlschutz wirklich sollte man sich überlegen, ob man den braucht. Denn ich gebe viel Geld aus und hinterher sagt die Versicherung, wir leisten nichts, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Eine einfache Garantieverlängerung jedoch erleichtert dem Verbraucher die Reklamation, da die gesetzliche Gewährleistung des Händlers oft nicht reicht. Ihren Preis haben alle Produkte. Für ein recht teures Elektrogerät bezahlt der Verbraucher leicht mehrere hundert Euro für eine mehrjährige Garantie. Mehr Informationen zum Thema Garantieverlängerung finden Sie in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest oder im Internet unter www.test.de slash Garantieverlängerung www.test.de